Moin ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei BaybootTV. Heute wollen wir bei diesem schicken Boot hinter mir vom Kollegen am Steg das Thermostat bei einem Volvo Penta 5 Liter GL, war das, oder? Ja, da wollen wir das Thermostat wechseln, also Gehäuse ab, neues Thermostat rein, den ganzen Scheiß sauber machen und wie wir das alles zusammen machen, zeigen wir euch hier. Heute geht es mal wieder technisch zu. Ich bin beim Kollegen an Bord und heute wollen wir uns mal hier den Volvo annehmen. Und ja, wir wollen das Thermostat tauschen, was wahrscheinlich gefühlt 300 Mal so viel kostet wie bei Mercruiser. Ne, was kostet das Ding bei Volvo? 39 Euro. Ich weiß ja nicht, bei Mercruiser liegt das wahrscheinlich auch bei 30 Euro. Plus den Dichtungssatz 56 Euro. Echt? Ja, Flanschdichtung, O-Ringdichtung, Mehrwertsteuer. Ach du Scheiße, okay. Alles bummelig zusammen, 56 Euro. Da sitzt das gute Stück, kann man hier auch echt gut erkennen, weil Volvo ja immer rote Motoren hat. Aber im groben Ganzen, wollen wir da mal reingucken. Weil, das Thermostat, wir wissen nicht genau, ob es kaputt ist oder nicht, aber die Anzeige macht halt komische Sprünge. Und deswegen wollen wir das heute mal kontrollieren. Und wenn wir das eh schon aufhaben, dann kommt das dann dementsprechend gleich ein neues rein. Ihr müsst bei euren Motoren da mal schauen, egal ob ihr Volvo oder Mercruiser habt. Die können auch manchmal in den Modelljahren immer etwas anders aussehen, diese Flansche. Bei mir sitzt der auch oben, weil manchmal sitzt das ein bisschen verwinkelt und ein bisschen schräg. Ja, je nachdem wie das ist, müsst ihr einfach mal schauen, weil eigentlich sitzen die immer oben drauf. Freunde, wenn ihr am Seewasserkühlkreislauf arbeitet, genauso wie hier am Thermostat, stellt bitte sicher, dass ihr nicht untergeht. Wenn ihr euch damit nicht sicher seid, macht diese Geschichten bitte lieber an Land. Also laut Zeichnung war da nur zwei Bolzen, ne? Ja. Sollte so gehen, ne? Das ist gesteckt. Das greift eigentlich ineinander. Das ist so ein bisschen konisch. Wir haben das jetzt andersrum gemacht. Erst die Bolzen gelöst, dann die Schläuche ab. Normalerweise gehen erst die Schläuche ab. Das geht meistens ein bisschen besser. Ich kann mich beschweren. Das ist Vorzeige, ne, Freunde? Glaubt nicht, dass das bei euch auch so geht. In den meisten Fällen gehen die Schläuche nicht so easy runter. Aber anscheinend ist der immer gut gewartet worden hier. Ist gut gewartet worden. Oder hat gewartet. Oder hat gewartet. So, jetzt sind wir gespannt. Wie sieht der Vogel aus? So ein bisschen so, ja? Ja, da sieht man das gut. Ja gut, die Ablagerung ist klar, ne? Das wirst du immer haben. Aber das Thermostat? Ja, doch, könnte man neu machen. Wird dir jetzt ein Akt, das Ding da rauszukriegen? Da drunter sitzt der Gummiring. Siehst du, der O-Ring? Ja. Der sitzt da innen drin. Ich nimm mal an, dass das damit einfach nur hält. Jetzt willst du den O-Ring da irgendwie rausknippen. Ja, ich weiß nicht, was weiß ich. Dann wird das Thermostat wieder gesteckt und der O-Ring oben drauf. Als Zentrierung. Der muss ja in eine Nut rutschen. Genau. Hier hast du die alte Dichtung. Die alte Dichtung. Die ist auf Ritte, die haben wir ja neu. Ja, die musst du auch jedes Mal. Das ist immer ganz wichtig, Leute. Wenn ihr da euch so einen Satz kauft, ja, die ist fertig. Aber macht das bloß immer alles komplett neu. Aber ihr nehmt euch da immer wirklich dann auch die Dichtung. Siehst du, das hast du nämlich jetzt da vorne. Die müssen wir gleich sauber machen, die Dichtfläche. Da haben wir so einen Lappen rein in das Loch. Und dann schön mit der Bürste und zur Not dann mit der Drabürste richtig einmal ordentlich sauber machen. Sonst kriegt ihr das später nicht mehr dicht. Das ist ja auch nur... Den Ring aus dem Sitz lösen. Total klein, das Ding. Mit dem Phasenprüfer, der ist für alles gut. Ach, das ist ja zum Phasenprüfen. Ja. Gummi-Ring. Jetzt müsste er ja eigentlich... Oh, ging sogar relativ gut raus. Der muss dort. Geht aber noch, ne? Ja. Aber das heißt nichts. Heißt nichts. Könnte man ja jetzt mal testen unter heißem Wasser, unter kochendem Wasser. Könntest du kochen und dann würdest du... Ja gut, aber das sieht auf jeden Fall nötig aus, ne? Irgendwie. Passt nicht zum Rest des Motors irgendwie. Ja, sonst spüren wir das ganze Ding mal durch, würde ich sagen. Genau. Machen wir das mal schön sauber. Das ist auf jeden Fall die identische Teile. Ja, das ist schon mal gut. Das ist schon mal sehr gut. Ja. Foto, denkst du schon? Kleine Inspektion. Er sagt, nee, läuft nicht. Scheiße. Läuft nicht. Bei mir nur die große. Kein Bock auf so eine Kacke. Cuttermesser quer. Cutter auch gut. Wir haben jetzt ein Cuttermesser, einen Dremel, einen Aufsatz für eine Bohrmaschine und eine Drahtbürste genommen und damit bekommt ihr in der Regel alles runter. Mal den Dreck und Schmand da drin ein bisschen lösen. Hier die Wege müssen wir gleich nochmal freimachen. Sollen wir ein kleines Stück hoch. Ja, warte mal. Ne, so. Ja. Da sieht man ganz gut hier, das sind die Wege zu den Krümmern, ne? Ja. Das sind die kleinen Schläuche zu den Krümmern. Der ist schon relativ zugegammelt. Da müssen wir mal gucken, dass wir die mal gleich nochmal ein bisschen sauer kriegen. Zur Not mit dem, vielleicht mit dem Bohrer oder so, ne? Ein bisschen. Müssen wir mal sehen. Aber es ist auch nur vorne an. Krass, ne? Ja. Krass, wie sich das so angammelt. Boah, das Ding ist ja... Ja, der ist hart. Ja. Wir werden jetzt kurzerhand mit dem 10er Bohrer diese kleinen Wege etwas aufbohren, beziehungsweise einfach den Schmutz daraus bohren. Seid bei solchen Geschichten wirklich auch extrem vorsichtig. Ihr könnt das Teil ganz schnell kaputt machen. Boah, da kamen dicke Klumpen rausgefallen. Hast du das gesehen? Ne. Mal hier. Das ist ja da Klumpen eingebohrt. Ja. Sieht wieder vernünftig aus. Herr Doktor, B2. Das Thermostatgehäuse ist jetzt also fertig. Jetzt muss natürlich noch das Gegenstück von den Dichtungsresten befreit werden. Dazu haben wir einen Lappen in den Ansaugtrakt von dem Wasser des Motors gesteckt. Seid ein bisschen vorsichtig. Ja, wenn da mal ganz ein bisschen Krümel reinfallen, ist das nicht ganz so schlimm. Es ist ja ein Seewasserkreislauf. Aber achtet einfach ein bisschen drauf. Jetzt. Was ist mit dem? Ja, ich bin am überlegen. Das war doch... Das sitzt ja erst so drin. Ja, und dann wird der Ring drüber gespürt, als fester Sitz. Ganz schön gammelig eigentlich, ne? Ganz schön gammelig. Eventuell braucht man mal vielleicht noch einen Schraubenzieher zum Nachdrücken. Geil, dass das auch schon aussieht wie Scheiße, ne? Das ist ein nagelneues. Warum sieht das denn schon so komisch aus? Hört das so? Hör auf, über Volvo zu schimpfen. Warum sieht denn so ein nagelneues Thermostat aus? So, den mach ich mal ein bisschen nass, dass der flutscht. Ja, auch der Name meines zweiten Pornos. Und dafür haben die ein Patent bekommen. Dann die ein Patent drauf. So, jetzt drücke ich den nochmal rundherum fest. Genau. Und eine Gummidichtung oben drauf drücken. Oh, das müssen wir schützen. So sitzt das Thermostat dann später da drin. Erst das Thermostat, dann den Gummidichtring, einmal drum. Und der fixiert das dann da drin. Hätte ich auch nicht gedacht, dass es hält, aber es hält. Kriegst du den da tannerfrei rauf, oder soll ich dir da erstmal ein Bier holen? Ich denke ja gerade über ein bisschen über Bier und über ein bisschen Silikonreiniger nochmal. Ah ja, den habe ich dir doch extra mitgebracht. Genau. Legen wir die Dichtung nochmal zur Seite. Das sieht aus, wie aus dem Ei gepellt. Tippitopp. Siehst du? Das ist aber gut, dass die Dichtung so einen leichten Klebstoff drauf hat. Das ist nicht so schlecht. Ja, du, der Rest presst sich da an. Das ist doch super. Wunderbar. Fein. Thermostatgehäuse wieder drauf. Schläuche ran. Adieu. Hebel auf den Tisch. Ja, und der hat schon mal gepackt. Ja, den zweiten einfach vorsichtig durch und dann ist gut. Der sitzt doch super. Ja. Tipptopp. Achtet beim Anziehen natürlich auf die Anzugsdrehmomente und natürlich, dass sich das Thermostat oben nicht verkantet. Nicht, dass ihr dann nachher eine Leckage habt, weil ihr die irgendwie falsch angezogen habt. Schläuche wieder drauf. Die sehen auch alle noch gut aus. Die sind nicht ausgeblüht. Voll in Ordnung. Nichts porös. Die Maschine wird jetzt das erste Mal gestartet und wir gucken natürlich akribisch, ob alles dicht ist. Siehe da, alles dicht. Kein Wasser. Komplett zu tief. So, Boot läuft wieder. Thermostat macht auf. Zumindest so im Stand. Probefahrt folgt natürlich gleich noch. Unter Last sieht solche Geschichten manchmal noch ein bisschen anders aus. Das testen wir aber gleich nochmal in Ruhe. Ja, wenn euch das gefallen hat, lasst gerne ein Abo da, ein Like da. Dann machen wir die nächsten Videos auch wieder zusammen. Immer wenn was Technisches kommt. Hier auch bei den Stegnachbarn werden wir das jetzt immer zusammen mal so ein bisschen machen, damit ihr auch seht, wie solche Sachen eigentlich relativ einfach zu beheben oder zu reparieren sind. Ja, ansonsten schönen Sommer euch noch und bis zum nächsten Video. Tschüss.